Viele junge Menschen haben ihren Lebensmittelpunkt ja eigentlich nach der Schulzeit eh schon hier im Landkreis Tierschenreuth. Unsere Aufgabe ist es also, Arbeitsplätze hier vor Ort zu schaffen, die attraktiv sind, die auch Angebote bieten für höhere Schulabschlüsse, die uns im Moment tatsächlich leider so ein bisschen fehlen. Natürlich ist es bei uns im Landkreis schon so, dass die Mieten sehr niedrig sind, dass die Lebensqualität einfach wahnsinnig hoch ist. Man kann sich hier vielleicht sogar das Eigenheim leisten, was man sich in einem Ballungsgebiet unter keinen Umständen leisten kann. Aus diesem Grund würde ich sagen, ist der Landkreis Tierschenreuth auf jeden Fall eine tolle Heimat.